Auch zur La Liga fehlt noch mein Team of the Season zur Saison 22-23, bevor dann schon bald die neue Saison beginnt und ich würde sagen, wir starten da auch direkt rein. Ich spiele in einem 4-3-3 mit 6er, 8er und 10er und wir fangen eben Tor an. Und da ist es für mich auch recht klar und zwar Mike-André Ter Stegen vom FC Barcelona. Klar ist natürlich auch viel seiner Abwehr geschuldet, dass er so viele Spiele ohne Gegentor hatte, dennoch war auch er wirklich gut aufgelegt diese Saison, wie aber auch seine Positionskollegen Gazzaniga, Edgar Badia, Masip, auch wenn er abgestiegen ist und auch Ledesma war wirklich nicht schlecht. Mein Rechtsverteidiger ist schon so ein bisschen überraschend und zwar spielt er beim FC Girona und lautet auf den Namen Arno Martinez. Auch noch recht jung, ist ein großes Talent und hat wirklich eine gute Rolle gespielt in der Saison. Hat mich echt überrascht und deshalb ist er für mich hier drin, auch weil es jetzt nicht allzu viele Alternativen gibt. Eine, die es gäbe, wäre eben Jules Koundé und der ist halt eben Barca-Spieler und ich kann jetzt hier keine volle Barca-Mannschaft machen. Deshalb Arno Martinez hier auf jeden Fall mal eine kuriose, aber durchaus interessante Lösung. Der rechte Innenverteidiger ist bei mir Eder Militao von Real Madrid. Hat wirklich auch statistisch echt eine gute Saison gespielt, vor allem in La Liga. Europäisch jetzt nicht ganz so krass, aber auch hier gibt es Alternativen mit Araujo von Barca, Jimenez von Atletico und auch ein Raijo von Mallorca war wirklich herausragend. Und muss ich hier mal noch erwähnen, hat es knapp nicht geschafft am Ende gegen Militao. Links hingegen hat es jemand geschafft, der ebenfalls überraschend kommt und zwar David Garfia vom Überraschungssiebten CA Osasuna und eben auch Überraschungspokalfinalisten. Also die haben echt eine überraschend starke Saison gespielt. Eigentlich ja eher so ein Mittelfeldverein, aber dieses Jahr hat echt viel zusammengepasst. David Garfia war größtenteils Kapitän und hat halt vor allem defensiv den Laden dicht gehalten. Deshalb für mich hier drin, hat ja dann auch bei der Nationalmannschaft debütiert gegen Ende der Saison hin. Also das zeigt auf jeden Fall, dass er auch die Anerkennung in Spanien bekommt und jetzt halt eben auch hier in meinem Team of the Season. Wenn gleich es hier gute Alternativen gibt, mit Christensen wieder mal ein Barca-Spieler, aber auch Le Normand muss man erwähnen von Real Sociedad und Pau Torres von Villarreal oder auch ein Katena von Rayo Vallecano. Linksverteidiger ist für mich dann wieder mal ein Barca-Spieler und zwar Ball D. Spielt er da im System nur gegen den Ball Linksverteidiger. Mit dem Ball ist er eigentlich links außen, aber hat es wirklich stark gemacht. Vor allem Vorlagen technisch extrem stark. Im Abschluss hat er noch so seine Schwächen, aber gerade für sein Alter eine extrem starke Saison. Da habe ich echt lange überlegt, ob ich nicht vielleicht Juan Miranda nehme, denn der war bei Betis echt stark. Kommt ja aus der Barca-Jugend und auch ein Acuna, Javi Galan oder Gaia sollte man hier erwähnen. Auch wenn die alle drei jetzt nicht unbedingt bei den Vereinen mit den besten Saisons gespielt haben, waren sie individuell einfach echt gut. Kommen wir zum Sechser und jetzt habe ich mich mal für einen Spieler von Real Sociedad entschieden. Und zwar ist das Subimendi. Zu ihm gibt es ja auch Barca-Gerüchte. Da wird es jetzt Oriol Romeo. Dennoch Subimendi überragende Saison. Bei San Sebastian auf der Sechs wirklich zur Champions League mitgeführt. Gerade mal 23 Jahre alt, aber ein echt vielversprechender Spieler. Alternativ muss man hier noch De Jong und Busquets nennen. Chouameni, der europäisch meist nicht gespielt hat. In der Liga hingegen häufiger zum Einsatz kam und da echt statistisch recht stark war auf der Sechs bei Real. Ansonsten noch ein Parejo von Villarreal. Hat oft sechs mal acht gespielt, wusste ich nicht ganz von der Position. Zudem Guido Rodriguez von Betis Sevilla. Klar, offensiv ist er natürlich beschränkt und limitiert in seinen Fähigkeiten. Aber gerade defensiv als Sechser echt stark gewesen. Genauso wie der eben schon angesprochene Oriol Romeo. Ehemals VfB hat bei Girona eine echt starke Saison auf der Sechs gespielt und wurde jetzt wie gesagt von Barca verpflichtet. Kommen wir zum Achter und da ist es für mich wieder mal ein überraschender Call, sag ich jetzt mal nach außen hin. Und zwar Top-Talent Gabri Vega. Hat Celta Vigo wirklich mit am Leben gehalten durch seine steigenden Box-to-Box-Läufe. Vor allem am letzten Spieltag Doppelpack gegen Barca. Und er wird auf jeden Fall zu einem Top-Klub wechseln, wenn nicht diese Saison dann nächste. Alternativ gibt es natürlich Toli Groß, ein Rodrigo de Paul, Petri, der von seinen erwarteten Vorlagen deutlich darüber liegt, was seine tatsächlichen Vorlagen aussagen. Modric war stark, Mikkel Merino, ein Alex Baena, Cavaglio von Betis, Alex Garcia war auch stark. Robert Tone, Darder vor allem bei Espanyol-Barcelona, auch wenn die abgestiegen sind. Und auch Gerard Gumbo war wirklich echt stark. Kommen wir zu meinem Zehner und das ist mit Abstand die leichteste Wahl. Meiner Meinung nach auch der Spieler der Saison von der ganzen Liga. Und zwar ist das Antoine Griezmann bei Atletico einfach überragend gewesen, extrem starke Zahlen aufgelegt. Wirklich auch als Kreativspieler, aber auch als Vollstrecker und deshalb für mich der Zehner. Alternativ kann man hier Gavi nennen. David Silva, der auch noch extrem wichtig war für Real Solvedad, dass sie sich für die Champions League qualifiziert haben. Weil man hat echt gemerkt, wenn David Silva fehlt, dann spielen sie auch schlechter bzw. vor allem haben schlechtere Ergebnisse. Ansonsten kann man hier noch einen Sankset von Athletic Bilbao erwähnen. Linker Flügel ist recht einfach für mich und zwar ist das Vinicius Junior von Real Madrid. Muss ich eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Hat wirklich wieder eine herausragende Saison gespielt. Alternativen wären Canales, der jetzt überraschenderweise nach Mexiko wechselt, warum auch immer. Moi Gomez, Kangin Lee, der wirklich sehr stark war für Mallorca und ja jetzt auch zu PSG gewechselt ist. Und auch Berenguer kann man hier durchaus erwähnen. Rechter Flügel habe ich gecheatet und zwar spielt da bei mir Karim Benzema. Einfach weil ich einen anderen Stürmer schon hatte und ich finde, dass Benzema auch reingehört. Auch wenn er nicht allzu viele Spiele gemacht hat, allein von seiner Toranzahl muss er hier rein. Es gäbe natürlich noch wirklich rechte Flügel. Da war es echt knapp, dass ich nicht Rafinha von Barca genommen habe, der meiner Meinung nach wirklich oft zu schlecht wegkommt und eine echt gute Saison gespielt hat eigentlich. Ich liebe es auch wirklich in Spielen zu sehen. Vielleicht bin ich da ein bisschen befangen, aber ansonsten kann man noch Valverde, Kubo, Bryce Mendes, einen Zigankov und einen Easy Palazón erwähnen von Rayo Vallecano. Jetzt kommen wir ins Sturmzentrum. Im Sturmzentrum, ich hatte ja schon Benzema, der wie gesagt 19 Tore in nur 24 Spielen hatte. Im Sturmzentrum ist für mich aber jemand anderes gesetzt und das ist natürlich Robert Lewandowski von Barfelona. Der hat letztendlich sogar 23 Tore gemacht und überragt da auch einen Benzema und gehört hier einfach rein. Wirklich top Stürmer. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Tore erwartet von ihm vielleicht. Dennoch war es eine wirklich gute Saison, sodass er hier in das Team of the Season gehört. Achso, jetzt hätte ich es fast vergessen, denn auch hier gibt es natürlich Alternativen und Honorable Mentions, die man erwähnen sollte. Denn gerade in der La Liga hat es mich echt überrascht. Da gab es einige Stürmer, die so an die 15 Tore bzw. halt auf jeden Fall zweistellig getroffen haben. Und zwar ist das Nikolas Jackson, der ja jetzt zu Chelsea gewechselt ist. Borja Iglesias, Vedat Muriki, Castellanos, der ja auch zu Lazio jetzt gewechselt ist. Ein Iago Aspas, wie jedes Jahr, auch wenn es bei Vigo nicht ganz so gut lief. Ein Enes Ünal hat wirklich unter dem Radar echt viele Scorer gesammelt. Und natürlich auch der neue Real-Stürmer Rossellou hat wie jedes Jahr, auch wenn er wieder mal abgestiegen ist, wie am Fließband getroffen. Das auf jeden Fall soweit mein Team of the Season zur La Liga. Es ist jetzt nicht die krasse Barca-Dominanz an Spielern, wie jetzt beispielsweise mit Neapel in der Serie A. Liegt einfach daran, weil einige dann doch zu lange verletzt waren und nicht allzu viele Spiele gemacht haben. Und da dann halt eben andere Spieler eingesprungen sind, die ebenfalls nicht allzu viele Spiele gemacht haben. Und ja, ansonsten auch noch einige Realspieler, sollte aber letztendlich so mehr oder weniger passen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.